Hauptbahnhof München, heute Mittag. Ursprünglich wollte Nusche Bagheri erst morgen zu Freunden nach Hamburg fahren. Nach der Streikankündigung vom Sonntag hat die Ärztin ihre Reisepläne aber schnell geändert. Also als ich erfahren habe, dass gestreikt wird, habe ich sofort nach Alternativen gesucht. Entweder vielleicht Flixbus oder eben früher fahren. So wie die Münchnerin haben offenbar viele ihre geplanten Reisen vorsorglich verschoben. Aus gutem Grund, wie sich nun herausstellt. Denn die Deutsche Bahn hatte zwar eine einstweilige Verfügung gegen die GDL-Streikankündigung beantragt. Den Antrag hat aber das Landesarbeitsgericht in Frankfurt vor zwei Stunden abgelehnt. Wir bedauern das natürlich, vor allem für unsere Fahrgäste hätten wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber wir müssen natürlich jetzt diese Entscheidung akzeptieren. Im Personenverkehr soll der Arbeitskampf heute Nacht um zwei Uhr beginnen und bis Freitagabend 18 Uhr andauern. Der Streik im Güterverkehr hat wie hier in Halle schon um 18 Uhr begonnen. Die Bahn rechnet trotz Notfahrplan mit massiven Beeinträchtigungen. Wie auch schon in den vergangenen Streiks werden wir 20 Prozent unserer Fernverkehrszüge fahren können. Und auch im Regionalverkehr müssen wir unser Angebot massiv einschränken. Die Gewerkschaft der Lokführer begrüßt das Gerichtsurteil und kritisiert, dass die Bahn über ihre Kernforderungen nach kürzerer Arbeitszeit ohne Lohnabsenkung gar nicht verhandeln wolle. Wie weltfremd und entfernt vom Arbeitgeber muss der Personalvorstand sein, ein Teilzeitmodell anzubieten, das vom Arbeitnehmer selbst finanziert wird. Die Deutsche Bahn hingegen verweist auf ihr Angebot von letzter Woche und fordert die GDL zu weiteren Verhandlungen auf.